Menschen feiern Geburtstag und auch Kirchengebäude feiern so etwas wie ein Geburtstag, man nennt es den Weihetag. So auch diese außerordentliche Kirche, in der ich mich hier gerade befinde, sie ist auf den heiligen Franz von Sales geweiht worden, vor genau 50 Jahren. Diese besondere Kirche hier ist ein Brückenbauer im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Grenzen, hier an der Stadtteilgrenze zwischen Wersten und Oberbilk. Der Architekt Hans Schwippert war es, der diese Kirche entworfen hat und würde man gewissermaßen von oben her auf diese Kirche drauf blicken, dann hätte sie die Form von einem Blattfisch. Man kommt also in diese Kirche hinein und ganz anders als andere Kirchen, wo man reinkommt und sieht sofort das große Ganze, wird es in dieser Kirche zunächst einmal enger. Man hat eine schmale Treppe und wenn man sie dann hoch geht, erst nach und nach kriegt man den vollen Blick auf die Kirche und wird sehen, wie groß diese Kirche tatsächlich ist. Kommt also mal mit. An dem Ort, wo heute unsere Kirche steht, war im Mittelalter eine Mühle, die Scheidlingsmühle, die dann Ende des 19. Jahrhunderts abgebrannt ist. Der Architekt hat diesen Gedanken für unsere Kirche aufgegriffen und zwar im Altar. Ein Mühlstein. Aus vielen Körnern wird das Brot gemahlen, um Nahrung zu sein. Und der Gedanke ist ja der gleiche in der Eucharistie. Jesus Christus hat sich aufgerieben, um Leben zu sein, um für uns da zu sein, um bei uns zu bleiben in der Eucharistie. Jesus ist aber nicht nur in der Eucharistie da, er ist auch unter den Menschen da, die sich hier versammeln. Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir sehen, es sind nicht wie üblich einfach klassische Bänke. Das Ganze steigt von unten nach oben her auf. Die Menschen versammeln sich in dieser Kirche, ja, vielleicht ein bisschen wie in einem Parlament. Vielleicht wie in einem griechischen Amphitheater. Man könnte auf das Ganze blicken auch und denken, vielleicht ist es auch das Bild eines Weinbergs. Und würde man von oben her auf die Bänke drauf blicken, dann könnten es tatsächlich auch die Gräten sein von einem Fisch. Und vorne der Altar wäre dann der Kopf des Fisches. Ganz verschiedene Bilder von Kirche sind das. Und ich glaube, so verschiedenartig sind auch die Menschen, die sich hier versammeln, um Gottesdienst zu feiern. Wir haben verschiedene Formate, die Happy Hour, den Update Gottesdienst, besondere Messen mit Vor- und Bandneue Wege. Viele Kinder sind in dieser Kirche getaubt worden. Junge Paare, die in dieser Kirche geheiratet haben und ihre Geschichte mit dieser Kirche verbinden. Und ganz viele werden sich sicher auch erinnern an Peter Sülzen, der hier lange Jahre als Priester tätig war und viel in guter Erinnerung ist. Grund zu feiern. Am Freitag feiert diese Kirche 50-jähriges Weihjubiläum. Ich finde, das ist ein guter Grund, auch sich selber zu fragen, welches Bild von Kirche eigentlich hat mich geprägt. Was gibt mir Heimat in der Kirche? Und was gibt mir Zukunft? In diesem Sinne, einen guten Start in die Woche. Euer Pfarrer Gansomayer Tschüss, dich schonmal für Deutsch. Musik 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 Musik